von leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von farcry primal wir spielen natürlich heute weiter ich guck mal was ja was der du nicht die höhlenbänden fällen nur tun und ich dachte über eine neue mission da oben und dann schauen wir mal da lang wir gehen da lang und demnächst probieren wir mal die dinge aus aber das machen wir in einer anderen folge würde ich sagen ja ja immer hier lang ich werde sich nicht rumklettern und rumheulen deswegen machen wir das mal so mann und machen wir auch demnächst mal wieder schild hat dann holz eröffnen und dann gehen wir noch ein bisschen auf den drogentrip schön ja 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 Ja. Ich dachte, wir kriegen jetzt schöne Medizin, dass wir wieder... ...die Sterne sehen, die wir nicht anfassen können. Wo müssen wir hin? Jetzt bin ich gespannt. Nein. Da müssen wir hin. Okay. Dann machen wir mal... Stopp, warte mal. Wir machen jetzt mal den Außenposten, dass wir dieses Gebiet frei haben. Und dann gehen wir da hin. Was haltet ihr davon? Gut, ne? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's gut. Die Welt geht's gut, glaube ich. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir nochmal einen Wegpunkt setzen. Das ist nicht so so krass, um einen Wegpunkt zu setzen. Nein, wir helfen jetzt erst mal keinen anderen. Er ist dann ... Ah, 활stere, Herrstein, 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 Herrstein ... Herrstein, Herrstein. 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 Gut. der kampfmodus ist hier schon recht komisch und wir müssen demnächst erstmal wieder neue tigerchen flammeln da jetzt apropos tigerchen, leopard, jaguar, okay wir sammeln das hier noch fix ein schiff noch einmal wohnst du hast du baum na runter das ist doch schon mal gut ich hätte mich wieder erschrocken wie bekloppt ja kommt schon ja es ist mir egal tierchen ist auch da das ist gut ja gehen nach da oben haben wir alles im blick kanal alle in ruhe töten dann auch keine probleme so da kam schon aufzuzocken hier jetzt können wir keine wache mehr rufen so so ja 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 jetzt gebe ich zu ich habe mich gerade erschrocken ja 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 das ist doch voll in ordnen gut jetzt können wir eigentlich zu unserem hauptziel gehen hier unten aber hier ist einfach so ein leuchtfeuer aus dem posten weil hier aber noch nichts erkundet müsste ich doch gehen genau gehen wir da hin sechs stück 87 aber wovor es hier wieder ewig dauert jetzt bauen wir noch mal da hin hm ja ja ich weiß ich habe in der kleidung guck mal hier es wird bald dunkel ja wir müssen uns ein bisschen beeilen wir müssen uns ein bisschen beeilen mal hier die es wird nicht nicht es wird geteler dabei das es wird es werden oder Och japan na na ja keine ahnung was mit den noten los ist Da bringe ich die mal zu fressen vorbei. Ich glaube, das gibt noch gar nicht, ne? Nein. Nein. Ja, ich habe keine Chance gehabt. Ach, ich bin doch doof. Ich kann den noch gar nicht zähmen. Ich muss jetzt noch ein paar Dinge zähmen oder so. Keine Ahnung. Dass der freigeschaltet wird. Aber wir schlafen erst mal bis zum nächsten Morgen. Weil das ist zu gefährlich, jetzt hier rumzurennen. Ja, ja. Bis zum Morgen der Morgen schlafen. Ja, komm schon. Und jetzt feuerfrei wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen, ne? Ach, ich muss mal wieder einen Wegpunkt setzen. 700 Meter, Alter. Oh, das dauert jetzt so ewig. Wir müssen noch berghoch, bergrunter. Ja, ja. Was soll ich hier tun? Nein, nein, nein. Wieder da, wieder da. Geht doch, Stärke streicht. Na, das kam. Naja, jetzt haben wir schon das Seelchen noch wieder. Wir befinden uns eigentlich noch bis zum nächsten Ding. 1, 2, 3 Stück haben wir. Und 4 Stück finden uns noch. Da schauen wir mal. Das ist jetzt hier alles scheißegal. Denn wir wollen natürlich... Ähm... Besser als nix. Besser als nix. No. Besser als nix. Besser als nix. Na geht doch. Obwohl du mich so verletzt hast. So. Ne, gucken wir mal. Oh, der ist, der ist gut. Der ist gut, oder? Ja. Mhm, 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 mhm. Genau, der ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ah! Gott. Nein, habe ich keinen Bock. Ich muss was richtigeres machen, als das da. Wir haben eine wichtige Mission und ich möchte das gerne noch in dieser Folge schaffen. Jetzt haben wir wieder nichts erreicht in dieser Folge und das ist auch blöd. Außer halt ein bisschen rumzulaufen. Und das ist ja nicht das Ziel, wir wollen ja weiterkommen. Das kann man ja mal einsammeln, das ist ja nicht so schlimm, aber mehr auch nicht. Ich bin ein Mensch. Das ist ja nicht so schlimm. Keine Ahnung, das ist ja nicht so schlimm. meine beste stirbt was ist denn los sowas mit dir hier den habe ich schon was für die meine drinnen so anzünden so ist und ich glaube 3 stück habe ok später taktown jetzt können wir natürlich auch die Dings zähmen hier das ist doch sehr gut nein Nein. ok los geht's wir haben neue bestie wir haben neue bestie und wir kommen hier nicht hoch und wir müssen da lang laufen ich glaube hier kamen wir hoch ich will hier hoch ich will nicht so weit laufen die das immer ich kämpfen jetzt geht los das wollte ich immer machen jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs wie gesagt ich will da hoch aber ich glaube wir kommen da nicht so weiteres hoch und dann wollen wir mal ein bisschen soo also müssen wir doch weiter geradeaus soo Oh Oh, 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 oh. Wie viele sind das denn? 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 Das tut mir leid, Leute. Das tut mir leid jetzt. Ab ins Wasser und dann einfach abhauen. Wie viele sind das denn? 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 Wie viele sind das denn?